Ja, herzlich willkommen zum letzten Webinar des heutigen Tages. Ich begrüße Herrn Michael Giesecke von HP. Wir haben das Webinar heute, wie Sie Office 365 optimal und sicher mit HP Multifunktionsgeräten nutzen können. Mein Name ist Simone Erz. Ich bin heute die Moderatorin und begrüße Sie im Namen von ET-Haus. Ich möchte Ihnen gerade noch ein paar organisatorische Dinge sagen, bevor wir loslegen. Der Herr Giesecke wird gleich mit der Präsentation starten. Während der Präsentation haben Sie die Möglichkeit, im Fragefenster Fragen einzustellen. Die würde ich sammeln und würde am Ende der Präsentation die Fragen an den Herrn Giesecke stellen. Insofern haben Sie immer die Möglichkeit, dabei zu sein und Ihre Fragen zu platzieren. Wenn die Fragezeit am Ende nicht reichen würde, hätten wir auch noch die Möglichkeit, am HP-Printing-Stand die Fragen zu beantworten über das Chat-Tool. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit dem Webinar von HP und übergebe jetzt an Herrn Giesecke und melde mich später nochmal. Bis nachher. Prima, vielen Dank. Ja, auch von mir herzlich willkommen im letzten Webinar des Tages. Das ist immer die besondere Herausforderung, habe ich gelernt in verschiedensten Roadshows. Ich bin Michael Giesecke, bin bei HP im Bereich Printing für das Produktmanagement für Lösungen und Software im Allgemeinen zuständig. Ich habe aber auch einige Fokusthemen, wie das Thema Security, aber auch Digitalisierung bzw. Cloud-Plattformen. Und naja, in der nächsten halben Stunde, 35 Minuten werde ich Ihnen das Thema nochmal näher bringen, auch was gerade aktuell passiert, wie auch ja das Thema Covid-19 sich auswirkt. Und vor allen Dingen hinterher auch natürlich, was wir dann dort konkret im Kontext Drucker, Multifunktionssysteme und Office 365 exemplarisch für verschiedene Cloud-Infrastrukturen auch realisieren können. Vor allen Dingen dann auch gerade durch Ihren Lieferanten IT-Haus, die dort eine hohe Kompetenz besitzt, natürlich durch die Erfahrung Office 365 und HP auch, wo Sie eine hervorragende Anbieter aus sich ausgesucht haben. Gut, kommen wir zu den Themen, die wir uns in der nächsten halben Stunde anschauen. Einmal nochmal ganz kurz das Thema Megatrends, was passiert eigentlich, warum machen wir das als HP, dann der Trend Richtung Software as a Service, was wir dort auch letztendlich tun, wie wir sie unterstützen können. Dann das Thema HP Work Path, das ist unser Ökosystem mit einer Live-Demo auch, sprich dort schauen wir uns dann konkret an, wie eine Integration ausschauen kann und welche Funktionen und Möglichkeiten auch Sie erhalten können. Dann kommen wir zu den Fragen und auch noch zu einer Umfrage. Fragen, Antworten, gerne im Chat, vielleicht auch vorab schon mal, das Webinar wird aufgezeichnet und auch die Präsentation erhalten Sie im Nachgang oder besuchen Sie uns natürlich auch gerne am Messestand. Gut, fangen wir an. Wir als HP, als HP Inc., uns gibt es ja noch gar nicht so lange, erst seit circa fünf Jahren, da wurden wir getrennt zwischen HP Enterprise, das sind die Ex-Kollegen korrekterweise, die die Server- und Netzwerkkomponenten machen und HP Inc., das sind wir. Wir sind diejenigen mit den Druckern, Notebooks, 3D-Print beispielsweise, auch Workstations und uns gibt es seit fünf Jahren etwa. Zu dem Zeitpunkt, als wir getrennt wurden und ein eigenständiges Unternehmen wurden, haben wir einen Bereich gegründet, weil wir uns natürlich auch fragen mussten, welche Produkte und auch Lösungen und Services wollen wir eigentlich anbieten in Zukunft, der sich mit dem Bereich Megatrends entwickelt. Megatrends, ganz grundsätzlich gesagt, sind Einflüsse, die auf der Welt vorhanden sind, die die Gesellschaft verändern, die auch Produkte verändern sehr, sehr stark, die Art und Weise, wie Produkte angeführt werden und auch vermarktet werden und naja, die am Ende des Tages sowohl uns privattäglich betreffen, die uns aber auch im geschäftlichen Umfeld auch sehr, sehr stark betreffen. Wir haben vier Kerntrends identifiziert, zu denen ich kurz versagen werde. Das ist einmal das Thema rapide Urbanisierung. Das bedeutet global, auch auf der Welt, das ist also nichts, was man nur in China oder in den USA oder sowas erlebt, sondern auch hier in Deutschland zum Teil sehr, sehr stark erlebt. Kurz gesagt, die Menschen ziehen in die Städte. Äußert sich in so Phänomenen wie quasi unbezahlbarem Wohnraum in einigen Regionen, generell auch Büroverfügbarkeiten, aber auch andere Möglichkeiten wie neue Geschäftsmodelle, Lieferservices, aber auch Microservices oder so Themen wie Coworking Spaces. WeWork zum Beispiel ist dort ein Beispiel, was auch in Deutschland wirklich berührt. Auf der anderen Seite natürlich Herausforderungen für die ländlichen Regionen, dort auch entsprechende Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Der zweite Aspekt, der dort auch sehr, sehr stark zum Tragen kommt, der uns und uns alle persönlich, aber auch uns Unternehmen sehr stark beeinflusst, ist die veränderte Demografie. Auch das ist tatsächlich ein globaler Trend, also nicht nur in Deutschland wird die Gesellschaft älter, auch in anderen Ländern, also auch dort. Auf der einen Seite immer mehr ältere Menschen, die vielleicht das Berufsleben verlassen, aber ganz wichtig für uns als Unternehmen, auch produktiv im Unternehmen gehalten werden müssen. Das heißt, auch an die entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden bekommen, um wirklich mit den entsprechenden Arbeitsmaterialien auch umgehen zu können. Auf der anderen Seite kommen die jungen Generationen, ja auch die sogenannten Millennials, die nach 2000 geboren wurden, die quasi mit dem Internet groß geworden sind, auch immer mehr in entscheidendere Positionen und haben natürlich auch eine andere Erwartungshaltung an Arbeitsumfelder, an Arbeitsmöglichkeiten, an die Art und Weise, wie, wo wir arbeiten, aber natürlich auch an die Werkzeuge. Ein Thema, was spannenderweise trotz der Pressemeldungen, die auch momentan so auftauchen, nach wie vor passiert, ist das Thema Hyperglobalisierung. Das heißt, nicht nur alles ist mit allem vernetzt international, sowohl in Hinsicht auf Lieferketten als auch in Hinsicht auf Know-how beispielsweise. Und das, was Covid-19, also Corona mitgebracht hat, es gab dann ja sehr, sehr viel in der Presse auch, ja, Produktionsstätten werden aus China zurückgegangen oder sowas. Das heißt, ja auch, aber es verlagert sich eher, zum Beispiel in Richtung Vietnam und zum Beispiel auch Richtung Taiwan mal wieder oder auch Thailand zum Teil. Also das heißt, es wird nach wie vor global bleiben, nur in andere Richtungen tatsächlich gehen. Und eher die Frage, wo sind die Schwachstellen, die Potenziellen in der Supply Chain, um die Warenverfügbarkeit zu gewährleisten und die dann entsprechend redundant auch aufzusetzen. Dann haben wir als letztes Thema noch das Thema beschleunigte Innovationen. Ich glaube, das ist was, das erleben wir auch jeden Tag an verschiedensten Stellen. Das heißt, es gibt immer schneller und immer mehr Technologien. Und das zeigt sich gerade auch im Bereich Social Media sehr, sehr, ich weiß nicht, ob ich es schön nennen soll, aber es ist, wie es ist. Es gibt Plattformen, die kommen aus dem Nichts. Ich persönlich bin ganz froh, dass ich mit Instagram jetzt soweit ganz gut klarkomme, mehr oder weniger sinnvoll. Aber wenn man sich Plattformen anschaut wie TikTok, die bis vor relativ kurzer Zeit auch komplett unbekannt sind, die jetzt hunderte Millionen User haben, ist ein Zeichen, wie schnell das zum Teil geht. Und da muss man sehr, sehr stark natürlich auch aufpassen, am Ball zu bleiben und sich auch danach auszurichten. Wie wirkt sich das Ganze aus? Ja, die Art und Weise, wie wir arbeiten, auch da Covid, da sage ich gleich auch noch ein bisschen was dazu. Ändert sich natürlich, wir nutzen mehr Videokonferenzen, Telefonkonferenzen als jemals zuvor. Für uns ist es mittlerweile auch normal. Es gibt auch dieses neue Wort, Bezeichnung, the new normal, die neue Normalität. Und vieles davon wird natürlich auch irgendwo, was wir heute erleben, auch sich etablieren. Sei es Homeoffice, sei es flexibles oder mobiles Arbeiten. Warum ist das so? Na ja, Unternehmen haben festgestellt, waren gezwungen, auch Menschen in Homeoffices arbeiten zu lassen, denen zu vertrauen. Das ist oftmals so ein großes Thema. Und man hat schlicht und einfach gemerkt, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Wir bei HP zum Beispiel war es so, wir sind relativ schnell auch in die Homeoffices geschickt worden und haben festgestellt, für ganz, ganz viele Bereiche funktioniert das völlig problemlos. Auch zum Teil unsere Top-Manager haben nicht mehr so viel Jetlag auch an der Stelle. Ja, und es funktioniert. Und das sind Themen, die auch durch diese Themen und Möglichkeiten und Trends auch letztendlich verändert und getrieben werden. Warum funktioniert das? Na ja, Office 365 ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil es mittlerweile die Werkzeuge gibt, die auch benutzerakzeptabel, also das heißt, von jedem wirklich vernünftig zu nutzen sind. Und auch am Ende des Tages die Produktivität aufrechterhalten und am Ende des Tages ist es etwas, was wir als Produkte, als Kunden anbieten müssen, Software as a Service, Flexibilität, bei Bedarf buchen zu können, Dienstleistungen buchen zu können, nutzen zu können, die dann aber auch am Ende des Tages vernünftig und einfach funktionieren. Und das wirkt sich natürlich auch sehr, sehr stark auf die Art und Weise aus, wie Produkte vermarktet werden. Beispiel Software as a Service, da kommen wir gleich zu. Heute nutzen wir Netflix oder Amazon Video beispielsweise auf, ich sage es jetzt mal im weitesten Sinne, Abo-Basis. Früher hat man sich Filme gekauft und naja, die haben sich dann am Ende des Tages gestapelt, also im Schrank oder sowas. Und heute viel, viel mehr Flexibilität. Die Dinge, die sich jetzt auch verändert haben, nochmal ganz kurz durch Corona. Mittlerweile ist es so, dass der Großteil auch von mittelständischen Unternehmen, da sage ich auch nochmal was dazu, die Verschiebung von Anwendungen bis Ende diesen Jahres tatsächlich schon in die Cloud erwarten. Und es gibt dort einmal im Jahr eine Studie von Bitkom zusammen mit KPMG und die befragen deutsche Unternehmen tatsächlich auch. Und letztes Jahr war es so, dass Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern befragt wurden. Und naja, auch dort war es schon so, dass drei Viertel der Unternehmen in irgendeiner Weise Cloud-Services genutzt haben. Das haben wir natürlich hier nochmal durch Covid, durch Corona tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass es nochmal viel, viel mehr forciert wurde. Das Ganze betrifft nicht nur Office-Lösungen oder Office 365, Microsoft 365, sorry an der Stelle, wir müssen ja das neue Wording verwenden auch, sondern auch Lösungen im Bereich Drucken, Scannen und Multifunktionalität. Dort haben wir bis vor kurzem immer die Herausforderung gehabt, dass man On-Premise-Lösungen hatte, die sehr gut funktioniert haben. Das heißt, bei Ihnen, beim Kunden im Netzwerk installiert wurden, mit dem entsprechenden Aufwand, die dann funktioniert haben, aber vielleicht gar nicht mehr so unbedingt für die neue Normalität, auch für die Cloud-basierende Integration ausgelegt waren. Und naja, auch Homeoffice, der Großteilunternehmen, geht davon aus, dass zumindest zeitweise wirklich auch viel, viel mehr im Homeoffice gearbeitet wird, weil es einfach möglich ist und weil die Flexibilität da ist. Ich gebe zu, ich wäre sehr froh, heute in einem Raum, ich würde es wirklich viel lieber vor Ihnen stehen und präsentieren, aber gut, das Leben ist, wie es ist, weil natürlich ein persönlicher Kontakt nie durch eine reine Web-Solution-basierte Präsentation auch ersetzt werden kann. Vielleicht auch nochmal ein wichtiges Thema und das ist auch einer der Kernpunkte, über die wir später noch sprechen werden. Alleine im Zusammenhang mit Corona haben Cybergefahren über 600 Prozent zugenommen. Das heißt, ganz gezielte Phishing-Attacken zum Beispiel. Das waren aber auch Dinge, wie das Webseiten gefakt wurden, auf denen man sich als Unternehmen registrieren konnte, um Unterstützung zu beantragen. Ergebnis war, die Angreifer hatten dort unglaublich viele unternehmensrelevante Informationen abgegriffen, um anschließend damit mehr machen zu können. Also da zeigt sich, es passiert ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Facetten auch, die berücksichtigt werden müssen. Und ja, auch ein Drucker ist tatsächlich ein sicherheitsrelevantes Objekt, was auch immer wichtiger wird, was angegriffen wird, wie sowas funktioniert, zeige ich Ihnen auch gerne später mal und was vor allen Dingen auch stattfindet. Ein Drucker oder ein Multifunktionssystem ist per Definition nicht anders zu handhaben, als ja ein Notebook, ein Server oder sonstiges, weil wir heute auch viel, viel mehr Funktionalitäten auf Multifunktionssystemen haben. Nochmal hier die Mehrheit, und ich hoffe, Sie stimmen mir dazu, der Kunden, auch hier schon im Mittelstand und größeren Unternehmen, geht davon aus, dass dieses Jahr schon ganz, ganz viel im Bereich Software as a Service passiert. Wie gesagt, sei es Salesforce, sei es Dativ ASP, sei es tatsächlich Microsoft 365, sei es Google G Suite, sei es Adobe, also es gibt ja dutzende, ja mindestens dutzende Beispiele von Applikationen, die dort genutzt werden können. Und auch da stellt man fest tatsächlich, dass hier auch immer mehr unternehmenskritische Informationen in die Cloud ausgelagert werden, einfach weil die Rahmenbedingungen mittlerweile da sind. Das war ja vor fünf, sechs Jahren noch komplett anders. Auch nochmal ein paar Zahlen. Microsoft, Zoom und Google haben jetzt in der letzten Zeit im Rahmen der Covid-Herausforderung zum Teil Dienste kostenfrei angeboten, natürlich Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, aber auch Neukundengewinnung. Und das zeigt, dass das, was wir Ihnen gleich zeigen werden, auch der richtige Weg ist. Alleine Zoom als Online-Conferencing-System ist innerhalb kürzester Zeit um den Faktor 20 gewachsen. Oder auch Microsoft, die haben innerhalb von einer Woche mal eben zwölf Millionen Nutzer dazugekommen. Das sind relativ alte Zahlen, schon aus März, da ist nochmal viel, viel mehr passiert. Und ich persönlich hoffe auch, dass das im Bereich Schulen und Digitalisierung auch nochmal das ein oder andere zumindest bringt. Wenn wir jetzt davon sprechen, Cloud, ist ja immer so die Frage, okay, wo sind eigentlich die Herausforderungen bei Cloud? Und es gibt unsere Geräte, unsere Endgeräte können mit der Cloud verbunden werden, zum Beispiel mit Office 365. Und da ist dann eher die Frage, okay, wie schützen wir die Endgeräte tatsächlich davor, angegriffen zu werden, manipuliert zu werden? Und dort haben wir dank unseren technologischen Kollegen von Notebook beispielsweise, von Computing, viele Funktionen, die direkt auf dem Endgerät schon integriert sind. Das heißt, haben Sie sich sowieso schon für NHP-Endgeräte, Notebook oder Comprint entschieden? Haben Sie diese Funktionalitäten eh? Und haben eigentlich damit auch die Voraussetzungen für die sichere Cloud-Architektur? Ganz konkret heißt es, wir haben einige Funktionen in unserem Endgerät, das heißt Druckern und Kopierern in der alten Sprache, die Angriffe erkennen, im Lauf im Betrieb abwehren und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, auch jemanden informieren. Das bedeutet, wird zum Beispiel festgestellt, dass ein Hacker versucht anzugreifen, dann gibt es eine Meldung im Display, ein Log-File wird generiert, Ihre IT wird informiert und Sie können auch auf die Ursachensuche gehen. Das heißt, hier wirklich die Ursache für den Angriff zu identifizieren. Warum ist das wichtig? Das Sicherheit ist immer nur so sicher wie das schwächste Glied in der Kette und in dem Fall ist es potenziell, das Endgerät ist es sicher konfiguriert, sinnvoll beispielsweise oder kann jeder User Scan-to-E-Mail verwenden und anonym beispielsweise vertrauliche Dokumente irgendein schicken. Das ist ein Beispiel. Und in dem Moment hat man schon ein potenzielles Problem, technisch betrachtet, aber auch aus Datenschutzsicht. Zweites Element ist natürlich immer die Kommunikation in die Cloud. Das heißt, wenn wir unser Endgerät mit Office 365 kommunizieren lassen, das heißt auch dort uns als User anmelden, als Michael Giesecke beispielsweise, wenn ich auf meine Office-Daten zugreife, dann muss das natürlich verschlüsselt sein durch ein mehrstufiges Konzept. Dazu gibt es wirklich sehr, sehr viel umfangreiche Kommunikation, auch kryptografische Verfahren. Die Anwendungen werden tatsächlich auch auditiert, die wir verwenden. Das heißt, das, was man heutzutage auf den Smartphone-Apps nennt beispielsweise. Wir haben ein umfangreiches, mehrschichtiges Sicherheitsmodell, um das Ganze auch zu sichern. Dann, wo hosten wir erstmal grundsätzlich die Verwaltung der Apps? Also es wird gleich, ich zeige es Ihnen auch live, dann wird es noch mal etwas klarer. Wir verwalten die Verwaltung der Apps bei Amazon in Frankfurt. Auch entsprechend dokumentiert, das ist ganz, ganz wichtig. Aber sobald Sie zum Beispiel vom MFP aus sich bei Microsoft anmelden, geht das komplett an uns vorbei. Natürlich, das ist ungefähr so, wenn Sie vom Smartphone aus Google Play Store etwas installieren, die Office 365, die OneDrive for Business App zum Beispiel, dann weiß Google zwar, dass Sie die App auf dem Handy haben, aber alles andere läuft dann direkt zwischen Microsoft und Ihnen. Das ist ganz, ganz wichtig. HP hat mehrfach von außen, also von extern bestätigt, IDC zum Beispiel oder auch BLI, die sicherste Ökosystem von allen Druckherstellern. Das können wir auch zur Verfügung stellen. Auch da gibt es eine neue Studie in den letzten Jahres von IDC, die nachweisen, dass wir da auch die entsprechenden Konzepte Ihnen anbieten können, gemeinsam mit IT-Haus, was auch ein Teil der, ich sage mal, der Veranstaltung ist. Denn jeder von Ihnen, der sich später meldet, hat die Möglichkeit, ein kostenfreies Security Assessment für die Druckumgebung zu erhalten. Kommen wir zu unserem Cloud-Service, zu unserem Ökosystem, über das wir ja heute auch reden möchten, weil das ist die Voraussetzung letztendlich, um auch Microsoft 365, ich muss mich noch daran gewöhnen, integrieren zu können. Ganz grundsätzlich, es gibt ein Ökosystem, was wir rundherum gebaut haben, um unsere Multifunktionssysteme, um uns Drucker, nennt sich Happy Work Path. Happy Work Path ist quasi der Dachbegriff für das gesamte Ökosystem, mit dem wir arbeiten und wovon Sie vielleicht auch Facetten letztendlich nutzen. Je nachdem, wenn Sie vielleicht auch Apps heute schon selber entwickelt haben, je nachdem, was Sie für ein Unternehmen sind, haben Sie zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn Sie das möchten und die Kompetenz haben, sich bei uns zu registrieren und eine App, die Sie haben, vielleicht zu migrieren auf unser Multifunktionssystem. Ich weiß nicht, eine Integration vielleicht in ein Warenwirtschaftssystem, in eine Krankenkassenlösung, wie gesagt, ganz, ganz große Bandbreite. Oder, wenn dann wichtig für den Partner, die Apps bereitzustellen. Das heißt, eigentlich das, was Sie vielleicht aus dem Bereich Mobile Device Management kennen. IT-House ist in der Lage, cloudbasiert in die App, jeweilige App für einen Zeitraum bereitzustellen, so dass Sie die Apps testen können beispielsweise. Und bei App bin ich jetzt nicht bei 99 Cent irgendein Dattelspiel oder so was, sondern auch sinnvollerweise natürlich bei entsprechenden businessrelevanten Applikationen. Vielleicht in die Integration in Salesforce, in SAP, in Microsoft 365, so was gibt es alles. Die Cloud-Services, die Sie im Hintergrund auch nutzen, da gehören dann Security-Features dazu. Da gehören auch Funktionen dazu, wie das OCR stattfindet, auch Management und ganz, ganz wichtig, wie gesagt, das Thema Security. HP hat also nicht nur hier die Möglichkeit, eine App zu installieren, remote, sondern das Ganze natürlich auch eingebettet in das sicherste Drucker-Framework, was es weltweit gibt. Das, wie gesagt, auch nochmal von verschiedenen Institutionen bestätigt. Was heißt das konkret? Wie kann sowas ausschauen? Wir haben aktuell so grob 80 Apps, die man nutzen kann. Und da kennen Sie vielleicht auch das ein oder andere von dem, was jetzt hier auf den Folien steht, bevor wir uns das live anschauen. Wir haben also Connectoren, die von uns direkt kommen. Das kann zum Beispiel HP für Box sein. Also Box ist eine Cloud-basierte Dokumentenmanagement-Lösung. Wir haben Integration in Google Drive an der Stelle und ganz, ganz wichtig, wenn wir hier diese App auf dem MFP haben, benötigen Sie keine zusätzliche Software im Hintergrund, um nochmal, ich sag mal, eine Brücke zu bauen zwischen dem MFP und Office 365, SharePoint beispielsweise Teams, sondern Sie haben die direkte Schnittstelle vom MFP in Richtung der jeweiligen Cloud-Lösung. Der Vorteil für Sie, Sie benutzen nicht noch einen zusätzlichen Serverbetreiben, auf dem eine sogenannte Middleware vielleicht genutzt wird, die dann natürlich auch Kosten verursacht, keine Frage. Alternativ, was man früher immer gerne gemacht hat, tatsächlich ein Scan-to-Folder, das heißt ein Dokument erstmal in ein Laufwerk, eine Laufwerksfreigabe zu scannen, abzulegen und dann irgendwie weiterzuverarbeiten. Vielleicht die Dokumentenmanagement, die Lösung, die Sie im Einsatz haben, überwacht diesen New-Wilding-Ordner, holt sich das Ganze da raus. Herausforderung bei freigegebenen Laufwerken und Ordnern, das Ganze ist relativ umfangreich und ja, auch mit viel Aufwand zu administrieren und damit auch immer ein potenzielles Sicherheitsrisiko, denn in dem Moment, in dem vielleicht ein Mitarbeiter, jemand mit einem Recht das Unternehmen verlässt und das Ganze nicht aktualisiert wird, hat man pauschal eine potenzielle Schwachstelle. Es gibt auch sogenannte vertikale Applikationen, in dem Fall zum Beispiel im Bereich Sage, das heißt, wenn Sie Sage im Einsatz haben, haben Sie hier die Möglichkeit, Rechnungen einfacher zu scannen und zu erfassen und nicht über irgendwelche Umwege. Auch hier beliebtes Thema, Reisekostensysteme, wir haben hier eine Schnittstelle zu SAP Concur, das ist das Reisekostensystem, was SAP auch zur Verfügung stellt, was wir zum Beispiel auch nutzen bei HP, versetzt mich in die Lage, direkt von meinem MFP aus, die Reisekosten in der jeweiligen Reise zu zuordnen und meine Reisekostenabrechnung auch zu vereinfachen. Es gibt noch andere Lösungen in dem Bereich, Beispiele können sein, DICOM im Bereich Krankenhäuser, in dem Fall, wenn Sie ein Ultraschallgerät haben, dann können Sie direkt vom Ultraschall aus das erste Foto vom Nachwuchs auf einem Multifunktionssystem ausdrucken. Wir haben aber auch Lösungen im Bereich Dokumentenmanagement, die es gibt, M-Files, das ist vielleicht nicht ganz so bekannt in Deutschland. Ein ganz, ganz spannendes Thema, was auch immer mehr nachgefragt wird, Cloud-basiertes Pull-Printing. Cloud-basiertes Pull-Printing hat folgendes Konzept, Sie drucken nicht mehr von Ihrem Notebook aus auf Ihren lokalen Print-Server, wo es gespeichert wird und marschieren dann mit Ihrer Benutzarbeiterkarte an das MFP, authentifizieren sich und holen den Druckjob ab, sondern der Druckjob kann, das ist wichtig, in die Cloud geschrieben werden und Sie holen den Druckjob dann am jeweiligen MFP ab. Vorteil für Sie, Sie brauchen keine Infrastruktur vor Ort und der Aufwand, so eine Lösung auszurollen auf einem MFP liegt bei maximal, ich sage mal, fünf Minuten tatsächlich. Also der Aufwand und auch sowas mal auszuprobieren für Sie, macht das Leben viel, viel einfacher. Ich habe den potenziellen Aufschrei, oh, was passiert mit Bandbreite oder solchen Themen auch gehört. Auch bei vielleicht Baustellen oder sowas, auch sowas gibt es bei vielen Kunden. Das heißt, ein Drucker steht im Baucontainer und der Mitarbeiter vor Ort muss lokal drucken, es gibt keine große Internetleitung. Dann funktioniert es so, dass der Druckjob vor Ort auf dem Mitarbeiterrechner bleibt, nur die quasi Verwaltungsinformationen in die Cloud geschrieben werden und dann der Druckjob dort abgeholt werden kann. Auch das ist dann natürlich möglich. Vorteil, Sie senken massiv Ihre On-Premise-Kosten. Man spricht von Cloud-basierten Lösungen so grob 70 Prozent günstiger als bei entsprechenden On-Premise-Lösungen und der Verwaltungsaufwand ist natürlich auch viel, viel günstiger. Zusätzlich so Themen wie Lizenzmanagement, was, wenn man sich mal in Richtung Microsoft schaut, ein riesenkomplexes Thema sein kann, wird bei solchen Lösungen auch nochmal einfacher. Jetzt muss ich genau hier klicken. Dann, was auch noch geht, weitere Konnektoren und wie gesagt, mittlerweile gibt es um die 80. Wir gucken gleich auch mal in das Angebot rein, was es da gibt. Vielleicht entdecken Sie die ein oder andere Lösung, die Sie selber im Einsatz haben. Und vielleicht auch wichtig, unsere Scanner, HP hat also auch ein sehr breites Scanner-Portfolio, bekommt jetzt in den nächsten sechs Wochen auch die Integration für HP WorkPath. Das heißt, Sie könnten theoretisch auch auf einem Dokumentenscanner direkt eine Schnittstelle in die jeweilige Lösung realisieren. Auch das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Jetzt gucken wir uns das Ganze auch mal live an, damit wir nicht nur von der Theorie sprechen. Ich glaube, das ist hilfreich bei sowas. Und ganz grundsätzlich, das, was Sie jetzt hier sehen, ist eigentlich entsprechend dem IT-Haus, die Applikationen verwaltet bei Ihnen und wie sie dann am Ende des Tages auch genutzt werden kann. Ich möchte Ihnen jetzt einfach mal einen Überblick geben, wie sowas ausschauen kann. Und wir gucken uns das, wie gesagt, auch gleich am Multifunktionssystem an. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Konnektoren zu Outlook 365. Idee dahinter, man meldet sich am MFP an und hat direkt sein E-Mail-Postfach im Versand und niemand kann mehr anonym seine E-Mails potenziell verschicken, weil es gibt Angriffe leider oftmals auch von innen, bewusst oder unbewusst sei mal dahingestellt, aber der erste Vorteil fängt schon damit an, man schickt es sich nicht mehr per E-Mail, das Dokument, sondern hat die Möglichkeit, wirklich direkt in seiner In- und Out-Box das Ganze zu haben, in sinnvoll. Man muss nicht mehr sich ein Dokument per E-Mail schicken, das lokal speichern und irgendwas damit tun, sondern hat eine direkte Schnittstelle und in dem Fall auch zu Outlook 365. OneQ, wie gesagt, die Lösung von der App Cloud-basierte Pullprinting-Lösung, die kann ich Ihnen auch gleich kurz zeigen. Es gibt also verschiedenste Lösungen, SharePoint, wichtig bei den Microsoft 365-Integrationen, auch immer mit Teams-Unterstützung, das bedeutet auch tatsächlich einen Zugriff auf freigegebene Dokumente oder Bibliotheken, je nach Rechten, die hinterlegt sind, immer auch drucken aus Teams oder aus SharePoint und OneDrive for Business vielmehr oder auch scannen und das Ganze wie am Handy von der Benutzbarkeit. Wir haben OneDrive for Business, wir haben OneDrive, Moodle ist eine Schullösung, die im Universitätenumfeld auch da vorhanden ist. Es gibt Fax-Lösungen zum Teil, es gibt also alles Mögliche tatsächlich. Salesforce ist ein Beispiel als Warenwirtschaftslösung, vielleicht auch der eine oder andere von Ihnen im Einsatz. Auch da gibt es Schnittstellen für Verträge beispielsweise. Es gibt also einen ganzen Schwung an verschiedensten Lösungen. iManage ist eine Rechtsanwaltslösung, vielleicht auch das interessant. SAP Concur, Highland OnBase als ECM-Lösung. Und vielleicht auch an der Stelle, wenn Sie jemanden haben, einen Lieferanten von Ihnen, wo Sie sagen, hey, das macht Sinn vielleicht, können Sie gerne den Kontakt auch zu uns herstellen. Es gibt also einen ganzen Schwung an verschiedensten Lösungen auch, die hinterher am Endgerät genutzt werden können. Und ich zeige Ihnen jetzt natürlich auch mal, wie sowas ausschauen kann. Dazu stelle ich jetzt mal die Kamera ab, damit Sie nicht mal einen leeren Hintergrund sehen tatsächlich. Und jetzt rufe ich mal das Gerät. Upsala. Na, jetzt müssen wir die richtige Seite. Nein, ich möchte mich nicht Multifaktor authentifizieren, sondern ich möchte auf mein MFP zugreifen. So. Kamera mal ausmachen. Wie gesagt, sonst sehen Sie einfach nur gleich ein leeres Hintergrundbild. Das ist dann vielleicht auch nicht so spannend. Und so, warum meckert der jetzt? Weil ich auf meinem Drucker ein selbst signiertes Zertifikat verwende. Ich bin daheim im Homeoffice. Und ja, ich habe schon relativ viel IT hier stehen, aber noch kein komplettes Rechenzentrum. Ich arbeite daran, beziehungsweise das Ganze dann auch entsprechend in die Cloud auszulagern. Das ist ein A3-Farbsystem. Die Lösungen, über die ich gesprochen habe, können Sie auf unseren A4-Enterprise-Systemen schon verwenden. Das heißt, Sie sind nicht gezwungen, wegen einer Lösung beispielsweise direkt zum großen Gerätesystem zu greifen, sondern wir haben hier auch bei, wie gesagt, vielleicht auch schon bei Ihnen vorhandenen Systemen die Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. So, jetzt machen wir mal ein sogenanntes Remote-Control-Panel auf. Dann sehen Sie gleich auch, was dort am MFP passiert. So, hier nochmal die Authentifizierung. Ist jetzt ein bisschen unkomfortabel. Das ist jetzt nicht ganz so, wie Sie es am normalen Endgerät verwenden. Das liegt jetzt einfach hier an der Remote-Konsole. Also live, wenn wir gemeinsam in einem echten Raum wären, wäre das jetzt einfach deutlich viel schöner. Sie sehen, hier jetzt auf meinem MFP habe ich mehrere Lösungen installiert, tatsächlich auch von SharePoint, von OneDrive for Business, Box, alles, was man sich so wünschen mag. Ich melde mich jetzt mal schnell an hier am MFP, um auch dort Ihnen alles zeigen zu können. Und üblicherweise würden Sie ja jetzt mit der Mitarbeiterkarte auch sich anmelden. Upsala. Auch hier wieder das Richtige reintippen. Mit der Mitarbeiterkarte einmelden, um sich anzumelden. Das ist dann auch mal noch etwas konfrontabler. Sie sehen, ich bin jetzt angemeldet. Ich starte jetzt mal meine OneDrive for Business Applikation. Ich muss mich da auch nochmal anmelden. Wie gesagt, es geht auch noch viel einfacher, wenn man eine Kartenlösung am MFP verwendet. Da kann die IT-Haus auch weiterhelfen. Und bekomme so dann letztendlich Zugriff auf meinen OneDrive for Business Account. Das muss ich dann auch nicht mehr bestätigen, wenn ich, wie gesagt, mit Karte arbeite. Aber so viel verwende ich dann hier daheim auch nicht. So, und Sie sehen, Sie bekommen direkt den Anmeldungversuch, benutzen ein Passwort. Und ich zeige Ihnen jetzt direkt gleich auch am Bildschirm, wie es ausschaut. Das heißt, Sie sollten es eigentlich sehen. Und das ist eigentlich vom Arbeiten her ganz genauso, wie Sie es von Ihrem Rechner auskennen, von Ihrem Smartphone auskennen und damit eine echte Integration. So. Festgestellt, wenn ich tippe und gleichzeitig Passwörter eingebe, das funktioniert manchmal nicht so gut. Da stimmen die Klischees über die Multitasking-Fähigkeiten dann offensichtlich doch. Und Sie sehen, je nachdem, welche Authentifizierungsmechanismen Sie hinterlegt haben, werden Sie entweder auf Ihre Unternehmensseite umgeleitet oder aber auch direkt bei Microsoft angemeldet. So, und wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, dass man das einmal nicht nur macht und der Rest dann automatisiert ist. Dafür brauchen Sie eine Kartenlösung, die Sie sowieso sinnvollerweise verwenden aus rechtlichen Aspekten. So, das Ganze wird jetzt gestartet, die App wird gestartet, das hat auch für die Sicherheitsaspekte. Jetzt habe ich natürlich auch das Vergnügen. Wir haben eine Multifaktor-Authentifizierung, also Sie sehen, HP nimmt das Thema Sicherheit tatsächlich ernst. Aber wie gesagt, mit einer Kartenlösung tippt man nur noch zweimal einen PIN ein und das war's. Also es ist deutlich viel schneller. Aber ich möchte Ihnen ja auch die App zeigen und nicht primär den Login-Prozess. So, aber gleich haben wir es geschafft. So, und das, was Sie gleich sehen, ist tatsächlich das Originalbild auf meine Live-HP-Daten. Ja, ich möchte auch angemeldet bleiben, sicherlich. Meine HP-Daten, also Zugriff auf meine Dokumente. Wir können scannen, wir können drucken, wir können Ordner anlegen in der App. Wir können auch durchsuchen tatsächlich, Stichwort-Suche für alles, was dort existiert. Also hier oben zum Beispiel, wenn ich jetzt mal sage, weiß ich nicht, Roadshow. Upsala, soll ich dann schon richtig schreiben? So, und dann wird man gleich sehen, alle Dokumente, die ja das Ganze in den Metadaten haben, beziehungsweise im Inhalt, werden auch gefunden. Ich kann die jetzt ausdrucken, wenn ich nach rechts swipe. Also super intuitiv. Und auch hier, ich kann die für mich freigegebenen Dokumente mir anschauen. Und das ist von Kollegen für mich freigegeben, kann dann auch von dort aus etwas hinscannen, zum Beispiel Projektdokumentation. Oder wir haben auch hier die freigegebenen Bibliotheken, dementsprechend auch die SharePoint-Integration. Es gibt nochmal eine SharePoint-App auch separat. Und mit Teams-Integration sehr, sehr hilfreich. Letztes, was ich Ihnen gerade noch zeige, mit dem Blick auch ein bisschen auf die Uhr. Sie können, wie gesagt, Ordner erstellen, Ordner umbenennen. Sie haben die Möglichkeit, die Voransichten zu nutzen. Und Sie sehen, das ist ein Online-System. Und hier haben Sie eine kleine, smarte Lösung, die auf dem Endgerät installiert ist. Direkte Schnittstelle zu Microsoft 365 und damit keinen weiteren Aufwand. Und wie gesagt, versprochen, der Login-Prozess ist normalerweise zwei Pins. Eine Karte, die Sie swipen und einen Pin, den Sie eintragen. Und das war's. Macht das Leben viel, viel einfacher. Und funktioniert, wie gesagt, mit verschiedensten Lösungen. Andere Applikationen, Google Drive und sowas, sieht ähnlich aus. Ich würde Ihnen jetzt noch mal etwas anderes zeigen zum Thema Security, warum das Ganze überhaupt wichtig ist. Wie gesagt, das war jetzt nur exemplarisch eine Integration Microsoft 365. IT-Haus hat dort die Kompetenzen, nutzt zum Teil auch hausintern. Von daher haben Sie zum Beispiel mit dem Plurian Sinn einen perfekten Ansprechpartner, den ich hier wirklich empfehlen kann. Und für den ich jetzt pauschal mal Werbung mache. Gut, auch noch mal ganz kurz, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Das Thema Drucker Security. Der eine oder andere hat es schon mal gesehen vielleicht. Es gibt diverse Suchmaschinen im Internet. Shodan ist eine, mit der Sie im Internet angeschlossene Endgeräte finden können. Jetzt kann man natürlich schon mal die berechtigte Frage in den Raum werfen. Warum findet man überhaupt Geräte, die über das Internet angeschlossen sind? Manchmal ist es sinnvoll und gewollt, meistens nicht. Wir haben jetzt hier, ich habe mal nach Laserjets gesucht. Das ist also nicht Deepnet, Darknet, nichts Illegales, was wir hier tun. Und wir haben jetzt einfach mal geguckt oder ich habe jetzt einfach mal geguckt und ich zeige Ihnen jetzt mal, warum es so wichtig ist, sich über Security auch im Druckerbereich Gedanken zu machen. Weil das Ganze gibt es als Suchmaschine im Internet, aber mit den richtigen Tools kann man das auch im jeweiligen Unternehmen tun. So, warum ist das wichtig? Dieser Drucker hier in den USA und jedes Mal tauchen andere auf. Und wie gesagt, das geht auch mit QSERA, das geht mit RICO, das geht mit allen Herstellern. Das ist völlig egal. Sie finden zum Teil auch Siemens-Turbinen oder sowas. Aber wichtig ist eigentlich folgendes. Diese blauen Kacheln, die Sie hier oben sehen, sind Schnittstellen, über die wir Daten zum Drucker schicken können. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel in Word auf Ihr Drucksymbol klicken, dann erhalten Sie nichts anderes, als dass Ihre Daten über Word in einen Datenstrom gewandelt werden und dann üblicherweise über diesen Port 9100 geschickt werden. Das bedeutet konkret, zu diesem Drucker könnten wir jetzt einen Druckshop schicken, beispielsweise, weiß ich nicht, wer, viele Grüße von der IT-House Roadshow virtuell am 17.06. Wäre eine blöde Idee, wird aber funktionieren, weil wäre nachvollziehbar. Wie gesagt, das Ganze funktioniert auch am Unternehmensnetzwerk intern, mit den richtigen Werkzeugen, nicht mit dieser Submaschine. Aber vielleicht auch hier der Angreifer, sie wird genau das tun, wird gucken, auch prima. Hier Port 80, das ist die Webseite des Druckers, da kann man auch mal hingehen, gucken, ist da ein Passwort gesetzt, ist da ein Standard-Passwort gesetzt, kann ich da vielleicht ein paar Informationen rausfinden und so weiter und so fort. Man nutzt dann entsprechend die Brücke. Wie gesagt, das ist auch genau das, wie es im jeweiligen Unternehmen passiert. Und es gibt ein Security Assessment und von daher kann ich Ihnen in mehrfacher Hinsicht gratulieren an der Stelle, weil das Ganze ist auch ein Teil des Events, denn die nächsten Schritte für Sie sind wie folgt. So, Happy Work Path zusammengefasst ist immer ganz grundsätzlich die Möglichkeit und Chance, das ist auch einzigartig, das gibt es in dieser Art und Weise mit dieser Dynamik und Interaktion nicht nochmal. Ihre HP-Endgeräte, die Sie hoffentlich heute schon haben oder noch viel mehr hoffentlich demnächst angeschafft haben über IT-House, direkte in Microsoft 365 zu integrieren, wie gesagt, in Microsoft 365 als Platzhalter für verschiedenste Lösungen, damit auch den Arbeitsablauf zu vereinfachen, weil wenn Sie eine Authentifizierung mit Microsoft 365 haben, da brauchen Sie nicht mehr unbedingt eine Pull-Printing-Lösung, sondern nur Authentifizierung. Das heißt, Sie können dort auch potenziell einige Kosten im Backend reduzieren. Wie gesagt, Kosten durch Kürzung der Prozesskette senken, zur Sicherheit erhöhen, weil wir nicht über Laufwerksfreigaben, vielleicht auf älteren Lauf, weiß nicht, Windows-Servern sprechen oder so, sowas soll es ja alles schon gegeben haben und im Vergleich zu Software-s-Service-Lösungen auch deutlich günstiger als On-Premise-Lösungen. Der Charme dran, diese Angebote sind auch flexibel nutzbar von einem Monat bis, ja unbegrenzt, so wie Sie das von Netflix oder Amazon kennen beispielsweise, und es ist letztendlich eine moderne Art und Weise auch Lösungen anzubilden. Der Vorteil, dadurch, dass Sie heute dabei sind, jeder von Ihnen erhält ein IT-Security-Assessment für Printer. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind 30 Fragen, die IT-Haus mit Ihnen durchgeht im Kontext Druck. Da gehören dann so Fragen dazu, wie haben Sie vielleicht eine Sicherheitsrichtlinie, werden Ihre Drucker auditiert, wann haben Sie das letzte Mal die Druckersicherheit berücksichtigt, abgedatet und dann bekommen Sie hinterher auch eine entsprechende Auswertung und auch vielleicht Handlungsempfehlung. Das ist also ganz, ganz wichtig, weil, ja, Drucker haben vielleicht mehr zu berücksichtigen, als ob man die Festplatte verschlüsseln kann. Da gibt es also wirklich bei Weitem noch viel, viel mehr, was man berücksichtigen sollte und da können Sie mit IT-Haus die entsprechenden Fragen beantworten, durchgehen. Also das hilft Ihnen dort auch nochmal weiter. Das zeige ich aber auch nochmal gleich, wie es funktioniert auf den nächsten Folgen. Wie gesagt, bei vorhandenen HP Enterprise-Geräten können Sie mit HP WorkPath direkt durchstarten. Nutzen Sie das, wie gesagt, Microsoft 365, Google, Salesforce und diverse andere Lösungen, vielleicht auch Cloud-basierte Pullprinting-Lösungen, je nachdem, was Sie, wie gesagt, das kommt auf Ihre Infrastruktur an. Nutzen Sie letztendlich die flexiblen Möglichkeiten der sichersten Drucker der Welt und das ist, wie gesagt, nichts, was wir uns ausgedacht haben, das ist extern auch bestätigt. Natürlich die Bitte und ja, die Aufforderung, ja, der Aufforderung, besuchen Sie uns einfach im Chat auch auf dem Wesselstand und ja, wie geht es mit dem Assessment weiter? Kontaktieren Sie diese E-Mail-Adresse event.it-haus.com Dann erhalten Sie das ganze Assessment und das ist eine Dienstleistung, die Sie dort erhalten, hat einen Wert von 500 Euro und rein pro Forma, einmal pro Unternehmen einlösbar, nicht auszulberbar und nur in Form des Assessments auch abrufbar. Worum geht es? Wie gesagt, Erstbestimmung der Sicherheitssituation, der Druckumgebung, auch völlig unabhängig davon, was Sie für Endgeräte im Einsatz haben. Also auch wenn Sie nicht HP-Geräte haben, ist eine Druckumgebung natürlich eine Druckumgebung und Sie haben die Möglichkeit, erstmal einen ersten Eindruck zu bekommen, weil das Risikodrucker wird leider an vielen, vielen Stellen auch nicht so gewürdigt oder berücksichtigt, wie man das tun sollte. Dann haben wir die Chance zu chatten, zu fragen, zu miteinander zu reden. Ja, hallo, ich bin dann auch nochmal da. Vielen Dank, Herr Giesecke, dass Sie uns hier so ein spannendes Webinar präsentiert haben. Ich denke mal, es war für alle sehr aufschlussreich. Fragen sind offenbar keine entstanden. Ich sehe also keine mehr hier im Chat-Tool. Insofern wahrscheinlich super erklärt Ihrerseits. Ich will es hoffen, dass es nicht langweilig war. Sollten sich trotzdem noch Fragen ergeben, steht der Herr Giesecke auf jeden Fall jetzt noch für die nächsten Minuten oder die nächste halbe Stunde bestimmt nochmal auf dem HP-Printing-Stand zur Verfügung im Chat. Die Stände, die sind ja weiterhin geöffnet. Das ist das Schöne an so einer Online-Messe, dass man da permanent die Stände auch besuchen kann und da keiner die Tür abschließt. Und insofern kann ich Sie nur bitten, da auch nochmal von Gebrauch zu machen. Das war jetzt das letzte Webinar für heute. Wir freuen uns aber, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Morgen haben wir nochmal neun spannende Webinare und natürlich unsere Ausstellerstände mit nach wie vor sehr interessanten Content. Ich sage dann für heute auf jeden Fall auf Wiedersehen und schön, dass Sie dabei waren. Und vielen Dank, Herr Giesecke, nochmal. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss, einen schönen Tag zusammen. Tschüss, den hat ein schönen Tag. rail und Untertitelung des ZDF, 2020